Willkommen zu einem Demonstrationsvideo. Heute möchte ich, wie ihr vielleicht im Titel seht, etwas demonstrieren, nämlich dass sie, dass man den Mutterboss, den Beinung auf Isaac, mithilfe der Bibel instant töten kann. Äh, ne? Ich mache übrigens ganz gut Schaden sowieso, also wäre eh kein Problem. Aber ich habe hier gerade die Bibel zu haben, deswegen zeige ich euch das mal. Hallo Mutterboss! Tschüss Mutterboss! Und wir schalten den Heiligen erscheint frei. Übrigens, die Bibel im Generellen macht einfach, dass man, äh, fliegen kann. Alle drei Räume, ne, alle sechs Räume, Entschuldigung. Ähm, das Ganze funktioniert, wie ihr gleich sehen könnt, auch beim Herz. Zeige ich euch gleich nochmal, wenn ich dort bin. Ist gleich. Auch Spaß, einmal noch. Der Skrolex-Boss feiert mit meinem normalen Schaden, den ich momentan mache. Wartet. Ich muss nur einmal treffen, glaube ich. Äh, ich muss nur einmal treffen. Einmal treffen. Nein, ich will ihn einmal im Sprung treffen. Ich treffe nicht. Ich kriege das noch hin. Keine Angst. Mann. Man. Alter, ne? Ja, ne? Und so. So, und um euch noch einmal zu beweisen, dass Bibel auch mal ins Herz montiert wird. So. Ja, ne? Wie gesagt, Spielstand, Wiederherstellung. Das war jetzt der dritte Herzkill davon. Ach. Hey, du freigeschaltet, ne? Ja, Collection auch weg, aber ich hab schon wieder einiges wieder, finde ich, ne? Und die Bibel ist auch neu. Solche Sachen. Genau wie Wowzowie. Gibt einem nur drei Serienherzen. Und er hat die Chance, dass man die Bibel findet. Halt solche Sachen so ein bisschen gefunden. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.